Energie ist unser Lebenselixier. Um sie zu verteilen, fließt Strom durch das Verteilnetz wie Blut in unserem Körper. Aber was bedeutet das bei steigendem Energiebedarf? Dafür stehen Schaltanlagen an den Knoten unseres Netzes und unsere Mittelspannungsschaltgeräte sind das Herz dieser Anlagen. Indem unsere Schaltanlagen im Normalbetrieb sicher den Strom führen, im richtigen Moment einschalten und im Kurzschluss diesen unterbrechen, gewähren sie eine zuverlässige Energieversorgung. Unsere Mittelspannungskomponenten basierend auf der bewährten Vakuumschalttechnologie gewährleisten einen sicheren, zuverlässigen, flexiblen und wartungsfreien Betrieb. Damit findet jeder Kunde das passende in unserem Portfolio. Es sind Produkte mit Herzblut. Die Montage wird von unseren motivierten Fachpersonal ausgeführt, welches wir in-house ausbilden. Unsere moderne Fertigung und eine eigene Entwicklung ermöglichen es uns, ihnen innovative und qualitativ hochwertige Produkte anbieten zu können. Denn im Mittelspannungswerk schlägt unser Herz schon lange für Mittelspannungstechnik. Mit dem Designed and Made in Germany Siegel haben wir uns durch hochwertige Produkte etabliert und halten auch noch heute an diesem Grundsatz fest. Ich bin verantwortlich im Bereich Electrification und Automatization für die Entwicklung von Schaltgeräten und Vakuumschaltröhren. Das umfasst die Antriebsentwicklung, die Entwicklung von Vakuumschalttechnik, die Entwicklung von Elektronik, Vorfeldentwicklung, Simulationen und auch natürlich Testen. Mit diesen Fähigkeiten und Kompetenzen sind wir sehr gut aufgestellt Richtung Dekarbonisierung, Digitalisierung, Energiewende und Ready for the Future. Wir befinden uns im Versuchsfeld des Siemens Schaltwerkes Berlin. Das ist unser Stoßleistungsgenerator. Er bringt so viel Leistung, dass damit die halbe Stadt Berlin versorgt werden könnte. Allerdings nur sehr kurz. Wir sind als Prüflaboratorium seit 30 Jahren akkreditiert und erfüllen dadurch höchste Ansprüche an die Qualität unserer Prüfergebnisse. Im Hochspannungslabor werden Schaltgeräte auf ihre die elektrische Festigkeit und auf Teilentladungsfreiheit geprüft. In unserem Mechaniklabor messen wir unter anderem Geschwindigkeiten, Kräfte, Drehmomente und Temperaturen. Als Produktbetreuung kümmern wir uns um die kontinuierliche Pflege und technische Weiterentwicklung unserer Mittelspannungsschaltgeräte über den gesamten Produktlebens. Damit stellen wir sicher, dass unsere Kunden immer genau das bekommen, was sie auch wirklich benötigen. Innovative Produkte, die höchst zuverlässig arbeiten, allen aktuellen Normen und Anforderungen entsprechen und höchsten Qualitätsansprüchen benügen. Wie man merkt, liegt uns die Zufriedenheit und die Kooperation mit unseren Kunden sehr am Herzen. Wir stehen ihnen nicht nur vor dem Kauf, sondern auch nach dem Kauf mit unseren Kompetenzen zur Seite. Die Anwendungen reichen von verschiedensten Gebieten wie Windkraft, Solar, E-Mobility oder Wasserkraftwerke. Wir stehen unseren Kunden selbst bei technologieintensiven Themen abteilungsübergreifend mit unseren Kompetenzen als ein Team zur Verfügung. Alle diese Faktoren fließen in unseren Mittelspannungskomponenten zusammen, sodass das Netz keinen Pulsschlag lang aussetzen muss, also keine Störung erleidet. Gemeinsam garantieren wir dabei nicht nur die aktuellen Standards, sondern definieren bereits heute den Puls der Zukunft.